Ja, Backstage laufen schon die Vorbereitungen für den nächsten Walk. Und ich habe meine Tochter schon so lange nicht mehr gesehen. Wo ist sie eigentlich? Leni? Hallo Mama, ich bin Backstage. Oh hi! Ich bin hier mit den Mädchen und die Stylistin. Ja? Ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich wollte gerne fragen, wie aufgeregt bist du? Ich kann meine Aufregung gar nicht in Worte fassen. Ich zittere am ganzen Körper und es ist irgendwie der Traum, der endlich in Erfüllung geht. Und ich bin super stolz, hier sitzen zu können. Ich bin so proud of you und ich liebe dich. Und ich würde auch so aufgeregt sein. Dankeschön. Hallo, hallo. Ich wollte dir fragen, was würdest du mit 100.000 Euro machen? Ich würde mit 100.000 Euro, würde ich erstmal mit meiner Familie umziehen in einer größeren Wohnung und alles so einrichten, wie meine Familie das gerne hätte. Ich glaube, das ist perfekt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich würde mit 100.000 Euro machen. Aber das ist perfekt. Dankeschön. Für dir. Hallo, hallo. Ich wollte beide auf dir fragen, wie findest du deine Looks heute? Also ich liebe meinen Look. Ich liebe die Schleppe, ich liebe die Farbe und ich fühle mich wie eine kleine Prinzessin. Ich glaube, du siehst mega toll aus. Deine Augen gehen perfekt zu dem Kleid. Ich liebe das. Und da? Ich liebe, liebe den Kontrast zwischen den Farben und den Glitzer. Das sieht einfach so gut aus. Ich liebe es. Das ist meine Lieblingsfarbe, das Pink. Du siehst so cool aus. Danke. Du bist auch so hübsch. Du siehst so schön aus. Danke schön, du auch. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.